Ich versuche eine Tür weiter zu kommen. Nein! Fuck! Entschuldigung! Oh, Jimmy ist da. Fuck. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass das geht. Fuck. Oh, Moment, war das... Oh mein Gott. Oh mein Gott, what the fuck? Ich sag doch, der kommt irgendwann durch die Tür. Ich hab da nur das rote Zeichen gesehen und war so... Fuck, der kann doch hier nicht rein. Wo soll ich denn hin? Und plötzlich ist er da. Da war Jimmy! Da war Jimmy! Oh mein Gott, er ist da! Er ist da! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Er war genau hinter uns. Wann ist der fix? 212? Dein Ernst? Nein! Ja! Jimmy! Okay. Nein! Das ist so... Ja, ja, ja! Bewick dich! Bewick dich! Bewick dich! Wuhuhu! Wollen wir das probieren? Habe keine Ahnung, wie das geht! Jaaa! In der Tat. Oookay! Oookay! Drückt mir die Daumen. Uppdiduuu. Geil. Tschüss, Jimmy. Ich hab keine Ahnung, wo wir lang gehen. Hä? Was? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Bitte was? 260? Scheiße, ey. 15. 15. Echt? Warum ist das dicht? Warum ist das dicht? Habe ich den Schlüssel? Weil ich es das letzte Mal abgeschlossen habe, ich kriege einen Rappel. Oh mein Gott. Blow, blow. Was für ein verkacktes Spiel. Wie viele Jimmy ist einfach... Ja, ist halt echt so. Okay, Jimmy, tell us. How can it be that we lock you inside a room and then you're outside? I don't think that's correct. I think you're cheating. I know your tricks. I have so many tricks. Get out of the hotel, Jimmy. Es ist jedes Mal so, dass ich mich bei den Videosequenzen mega erschrecke. Fuck you. Okay. Ich geh mal hier rein. Ist jemand da? Niemand. Scheiße. Der Kompass ist irgendwie weg. Das verwirrt mich gerade. Alter, stand die nah, Mann. Und der Kompass war einfach weg. Und anscheinend waren die Leute doch eher wütend, I guess. Ich bin, Alter, Mann. Ich sehe das mal wieder. Schon eher hier, ne? Ja, ja, ja. Fuck you! Nein. Ich versuche, eine Tür weiter zu kommen. Nein! Fuck! Entschuldigung! Oh, warum war diese Scheiß Tür zu? Oh, Mann! Aha. Aber es wurde nicht das Stockwerk gezeigt oder genannt, richtig? Oder habe ich das gerade verpasst? Hier zum vementieren! Ja! Ja! joking, weg, 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 nicht weg! jetzt kommt der penis auch einfach noch so in türen rein ich krieg ein kollaps bin ich da ja ne ich denke auch jedes mal ne der macht jetzt die tür auf der sagt so du ich kann nicht sehen die tür ist halt einen halben meter auf hier ist licht hinterm ich sehe dich gerade und kommt einfach rein alter und ich hab noch das rote zeichen wenn der man nicht wieder vorne wartet hallo der trick ist zu atmen hallo hallo und sterbe wahrscheinlich ich höre da ne fucking schritte man alter der versteckt sich nicht mal mehr der läuft da einfach so rum als wäre es sein hotel okay es ist ein hotel aber oh mein gott ich geh jetzt in die küche weinen ich frag mich grad ob das hier war mit danke danke es war hier das licht geht schon wieder nicht ich guck mal vom fahrstuhl aus ich glaub der ist gestresst der gute ja aber mega eilig bin ich da fuck you fuck you ich hasse ihn wieso taucht er auf einmal da auf mann ich liebe es dass er alle mit leidet wir wissen dass der doof sowas der doof sowas macht und jedes mal brauche ich einen neuen schlüppi weil der alte braunt wird der ist jedoch noch mensch geht das klang minimal weiter weg ich riskiere es ich gehe jetzt weinen scheiße ey fuck it neuer schlüppi let's go ich geh mal grad einfach hier rein weil ich nicht weiß wo jimmy ist oh die musik macht mich wahnsinnig so kam der da auch noch nicht ran alter vater gut dass er so inkompetent ist im türen öffnen sonst hätten wir echt ein problem das war falsch nein ich stehe geradeaus fuck you juti dann schicke ich euch rüber und ich danke euch ganz 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 herzlich dass ihr so lange dabei geblieben seid habt noch ganz viel spaß drüben beim jay mich seht ihr da auch gleich und dann habt eine super duper erfolgreiche woche und bis nächsten montag macht's gut Vielen Dank.